Mittwoch. Drehen Sie erst richtig auf. Mary Cooper will mir zeigen, wie man sich amüsiert. Das ist echt verrückt. Und machen vor nichts. Ohne einen Anwalt sag ich gar nicht. Und niemandem Halt. Wir müssen uns jetzt küssen. Muss das sein? Wer hier nicht einschaltet, ist selbst schuld. Wieso ticke ich als einziger hier normal? Young Sheldon. Die neuen Folgen. Mittwoch, 20.15 Uhr.